Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ja, ich habe es irgendwie rüber geschafft und zwar indem ich gesprungen bin und jetzt sehe ich, kann ich auch hier wunderbar eine blöde Brücke aktivieren. Ich muss halt nur den weiten Jumpen nutzen. Mittlerweile sollte ich den können. Okay, hier hinten hat sich auch noch ein Weg aufgetan. Beim Suchen habe ich schon den Schalter für da hinten gefunden. Oh, ich muss glaube ich von da rüber. Naja gut, okay, kriegen wir hin. Ähm, wie gesagt, den Schalter für das Tor da drüben habe ich schon gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch schnell da rüber und das Teil rausholen, was auch immer da drin sein. Ein Behälter, ja, okay, mag. Und dann habe ich hoffentlich alles geschafft, um, ja, in Richtung, ihr wisst schon wo zu kommen, in Richtung Reliktgewölbe. Weil, ich hoffe mal, das war wirklich alles, dass das Teil jetzt offen ist. Irgendwie, ähm, bezweifle ich immer noch dran, aber, ähm, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, zumindest. Oh, da ist noch eine Konsole. Äh, dann drücken wir die Konsole mal. Vielleicht hilft das ja noch. Da liegt Konsole. Äh, okay. Ich glaube, die muss ich dann vorher wieder aktivieren, sonst komme ich da nicht rüber. Aber, ich würde das lieber vorher mal probieren, äh, wie ich hier schnell zurückkomme. Äh, manuell speichern. Jawohl. Äh, äh, und dann gucken wir mal, ob ich hier vielleicht so schon rüberkomme. Ja, das geht. Das heißt, ich brauche die Konsole nicht mehr aktivieren. Sehr gut. Okay. Dann hätten wir fast. Gott sei Dank. Ich bin so froh. Das war wirklich eine Qual hier drin. Ja. Interface-Verbindungen sind markiert. Ist hier noch irgendwas? Weil wir scannen ja immer erstmal vorher. Und sehen nix. Oder hier drin? Da, siehste. Guck mal einen an. Ein kleiner Behälter versteckt. Okay. Na, dann gucken wir mal, ob wir die Interface-Verbindungen, äh, kaputt kriegen. Da kommen sie. Aha. Oh, schon wieder overloaded. So, okay. Und das war's, glaube ich, bei der einen und die anderen müssen noch. Nun gut. Dann rein da. Bild hochladen. So, der ist hin. Na, weiter. Da hinten. Okay. Irgendwas ist da noch. Ah, da. So. Dann noch drei. Okay. Es geht voran, Leute. Wir schaffen es. Wir schaffen es, dieses verdammte Ding hier. Juhu, ich freue mich. Bin hier fast verzweifelt, wenn es wirklich eine Viertelstunde oder sowas ist, wo du hier dringend rumgerannt. Immer wieder neue. Ja, ich hab das schon gemerkt. Ja, okay. Noch jemand? Nö. Dann machen wir den Nächster. Müsste es ja fast haben. So. Hier drin regeneriert sich übrigens der Schild schön. Finde ich eine coole Sache. Kommt jemand? Keiner da. Okay, daneben nicht. Dann machen wir so an. Jetzt haben wir nochmal beducht. Aber richtig. Ähä. Okay, überhebt's. Ganz kurz vorgemachen. Der ist weg. Der ist auch weg. Oh, Stufe 40. Juhu. Sehr gut. Ihre Konzone aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Habe ich schon. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Habe ich schon. Äh, ich denke, wir müssten das schaffen. Ich speichere hier sicherheitshalber mal. Ähm, normalerweise wird ja automatisch gespeichert. Aber, äh, ja. Mittlerweile, nachdem ich hier so lange gesucht habe. Und dann will ich das Risiko nicht eingehen. So, äh, übrigens Achievement, Unlocked, Topform. Das kriegt man mit Level 40. Okay, läuft. Lauft, läuft, 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 läuft. Hier runter. Äh, äh. Nein. Nein. Ja, siehst du, das meine ich. Einmal schafft man es. Und dann schafft man es auf einmal nicht mehr. Mano. Nochmal fortsetzen. Und dann stecke ich mal die Waffe weg. Bin ich ja ein bisschen schneller. Diese Reinigungsfelder haben mich schon immer irgendwie erwischt. Mehrfach. Tausendfach. Also Waffe ist weg gesteckt. Und dann noch einmal los. Los, voll! Da kommt es! Los, los! Lalalalalala. Äh, runter muss ich auf jeden Fall. Und dann hier. Und dann lasst den Moment los springen. Und hopp. Und sehr gut. Und hopp. Und sehr gut. Und weiter, und weiter, 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 weiter. Und hopp. ok und hab und dann hier schnell reingehen weil da war es drinnen aber es drinnen da war es drinnen ja ja bin ja schon dabei so alles nehmen und alles raus hier und hier wieder und so kommt schnell 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 ich hab nicht ewig zeit die sache verliert nie ihren schrecken ja so 900 andromeda lebensfähigkeitspunkte cryo kapsel neu freigeschalten das war eine quali muss ich sagen bloß raus hier und dann noch die kolonie gründen dann muss erst mal pause sein ja 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 so willkommen zurück oben an der oberfläche und gleich mit besuch nur gut da können wir ja nicht anders was auch immer uns hier erwartet da hier ok ok was ich jetzt mal testen will ich sollte vielleicht warten bis der schild aufgeladen ist aber ja ich warte lieber bis der schild aufgeladen ist ach so und wo sie auch noch guck mal klares wasser es besteht also doch noch hoffnung für katarra sehr schön ok also kaltes klares wasser ja ja warum denn noch und da ist noch einer hier geht es aber auch los jetzt gerade ich habe euch das leben gerettet ich auch so jetzt haben wir alles denke ich mal jetzt wo waren hier dahinten das heißt wir gehen hierhin auf jeden fall wir haben es geschafft wir haben wir haben das fucking wasser gereinigt ich müsste nur noch mal zurück zu dem typen der hier halt das antibiotika braucht bin ich nur wüsste wo das war interessanter ort interessanter ort das ist nicht mal mehr angezeigt hier das gemein aber das kriegen wir auch noch raus ganz bestimmt da bin ich zuversichtlich so ich muss erstmal darunter für düsen da ist der rutscht prozent angezogene handbremse das geht so nicht wir haben jetzt endlich hier guckt euch noch einmal hier oben das hat so blaue wasser alles gefällt mir und jetzt jetzt kann man drin planschen gehen tot das wäre es gewesen nee ok gott sei dank so ja aktivieren wir können doch hier sicher aktivieren oder geht das auch nicht ähm außenpostenstandort ein geeigneter standort allerdings gibt es noch einige komplikationen was denn jetzt noch Außenpostenstandort an Helios-Aufgaben. Kedera. Besiedlung von Kedera. Mit Rays zusammenarbeiten. Dr. Nakamoto, die wieder Beschaffung der Formel helfen. Verbanden, okay. 40% Lebensfähigkeit. Wir haben doch sicher die 40%. Bevor Kedera in der Außenrechnung müssen sie das Problem der Wassertoxizität lösen und den zunehmenden Rivalität zwischen den Verbanden und dem Kollektiv ein Ende machen. Alles klar. Also muss ich doch erstmal zurück nach Port Kedera, um da eben was anzuleiern. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Ab hierhin. Leertaste, schnell reißen. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt schon schnell die Kolonie machen. So, in dieser Folge noch. Dann wird es wahrscheinlich in dieser Folge schwierig werden. Aber wir haben noch ein paar Sachen offenbar zu erledigen. Na dann. Nakamoto bei der Widerschaffung der Formel helfen. Mit Rays zusammenarbeiten. Und die Führung der Verbanden das Problem auf Kedera lösen. Also da hinten haben wir wohl Töre. Das ist normal, ne? Hoffe ich. So, okay. Ein Terminal. Transitkonsole. Slums verlassen. Gibt es hier hinten irgendwo? Unten. Da hatten wir zum Beispiel zu Dr. Nakamoto zurückkehren. Hier oben habe ich auch noch eine Quest. Wenn das wieder Rays ist, der noch was will, dann kriegt er Ärger. Na gut. Wir gehen erstmal zu diesem Trottel von Nakamoto, von dem ich jetzt auch kein Vertrauen mehr habe. Wie gesagt, im Prinzip würde ich ihm das gar nicht geben wollen. Na gut. Gucken wir mal. Hey. Nacki. Entschuldigung. Ich muss hier mal auf dich drauftreten. Gute Neuigkeiten, Doktor. Ich habe Ihre Formel. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Äh. Eine ihrer früheren Kolleginnen, Dr. Ferenc, hat mir erzählt, sie wären an der Entwicklung von Oblivion beteiligt gewesen. Und es sei immer als Droge gedacht gewesen. Das ist eine Lüge. Außerdem ist Irina überhaupt keine Ärztin. Das dachte ich mir schon. Alles, was ich von Ihnen gesehen habe, zeigt mir, dass Sie ein anständiger Mann sind. Danke, Pathfinder. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Okay. Na gut. Haben wir vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen, indem wir die alte Blatt gemacht haben. Und, äh, ja, der hilft ja hier. Der hilft. Insofern glaube ich an das Gute. Okay. Wenn, wenn ich es schon nicht mache, dann wenigstens die Liebe, ähm, ja, Sarah hier. Und das ist ja schon mal was wert. Oh, Uran. Wir gehen mal rein und hoffen, dass, äh, drinnen, äh, Raze nicht irgendwelche, welche großartigen Neuigkeiten von uns noch hat. Ich würde so gerne hier einen blöden, ähm, Außenposten gründen und den, äh, ja, den Elite oder den Ausgestoßenen in den Popo treten. Aber, erst mal noch Raze. Ryder. Perfektes Timing. Das erspart mir die Mühe, nach ihm zu suchen. Hä? Sie brauchen ziemlich oft Hilfe, Raze. Hören Sie einfach auf, nützlich zu sein, dann höre ich auf, Sie zu belästigen. Worum geht es? Eine geschäftliche Konkurrentin, Siakordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, Sie wieder zu beschaffen. Na ja, also, erst mal. Was hat Sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Wie konnte Ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als drei Drinks. Ich überleg's mir. Falls ich Zeit habe, helfe ich Ihnen. Ich hätte die Fracht gerne zurück, bevor mein Kunde von der Sache Wind bekommt. Sie ergenehmigt sich normalerweise einen im Krala Song, wenn sie auf Kaderahalt macht. Dort werde ich anfangen. Stoßen Sie einfach dazu, falls Sie die Zeit finden. Nun gut, dann stoßen wir. Ähm, Reyes im Krala Song bringen. Ich wollte jetzt nichts mit Bezahlung und sowas in der Art. Das ist einfach nicht meine Art. So ist der Pairfinder der Menschen nicht. Wir sind quasi das glänzende Vorbild und das müssen wir halt auch sein. Äh, deswegen auf diese Art. So. Äh, noch irgendwas. Ja. Was zum Teufel noch? Das war offensichtlich nicht die Quest, glaube ich. Kann eigentlich nicht sein. Oder auch, doch unten noch, unten, unten, unten. So, hier unten in der Ecke. Halt, halt, halt. Ich habe ein Angebot für Sie. Ja, ja, warte, 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 geht so. Äh, basierend auf den letzten Daten würde ich vorschlagen, das Böre zu, überschwemmt und wenn ich mit dem Abbau beginne, ist Barit, Barit, halt, also Barit, also Katzengold, Manu. Äh, äh, Beschwerungsmittel. Wenn wir Proben nehmen wollen, in Drauil gibt es einige Abklagerinnen. Ja, und du, Dirk? Wollen Sie auf die Schnelle ein paar Credits verdienen? Kommt ganz drauf an. Nur wenn es legal ist. Aber natürlich. Wie Sie vielleicht wissen, sind die wertvollsten Handelswaren auf Kaderra Altmetall und von der Nexus gestohlene Ressourcen. Aber dieser Brunnen trocknet langsam aus. Ich werde nicht für Sie stehlen. Das will ich auch gar nicht. Ich konzentriere mich auf Andromedas eigene Ressourcen. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass es in Draulir ein großes Barit-Vorkommen gibt. Barit wird bald eine große Nummer sein. Was Sie nicht sagen. Ich habe einen Landvermesser losgeschickt, um das zu überprüfen, aber er ist nicht zurückgekehrt. Von Ihnen brauche ich nun lediglich Gewissheit. Ach, was soll's. Senden Sie mir seinen letzten Nerfpunkt, dann überprüfe ich das. Besten Dank. Gut, aber nicht gleich. Das machen wir erst nachdem wir oben wieder waren und den Kaderra hoffentlich für Ordnung gesorgt haben. Hoffe ich mal. So. Das heißt, wir fahren jetzt mal hoch und hoffen, dass oben alles gut ist. Und wir oben noch die Quests erledigen können, die dann halt wirklich reichen. Ja, Slums verlassen. Die dann hoffentlich wirklich reichen, um hier einen Außenposten gründen zu können. Natürlich. Ich habe mir schon gedacht, das könnte ein bisschen kritisch werden, hier die Ausgestoßenen. Und dann kommen die wirklichen von der Nexus. Aber irgendwie muss man ja vorankommen. So, dann hätten wir hier noch die Quest. Aktivieren wir die da oder da hinten. Besiedlung von Kaderra. Aha. Wir treffen uns erst mal mit Rayles. Ja, genau. Das kriegen wir hin. Okay, das wäre erledigt. Ich muss aber immer noch Rayles Fracht finden. Ja, ja. Bestimmt kriegen wir das hin. So. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal rein in der nächsten Folge. Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Dann hoffentlich nach dem Urlaub. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.